Wir freuen uns, wenn die Patienten mit genauen Vorstellungen von ihrer Brust für die Brustvergrößerung zu uns kommen. Wir unterstützen die Patienten gerne mit einem Probe-BH und einem Probeimplantat, was wir einlegen, um einfach zu überprüfen, ist das die richtige Größe für sie. Und dazu haben wir noch die Möglichkeit, ein 3D-Modell zu berechnen und das machen wir über unsere 3D-Simulation, die dann wirklich auch nochmal den Patienten die Möglichkeit gibt, ihre größere Brust im Vorfeld schon zu erleben.